Hallo alle zusammen, wir schauen uns heute an, was das Wort Amen eigentlich bedeutet, wie es in der Bibel verwendet wird und was das mit uns zu tun hat und was das für uns vielleicht noch bedeutet. Wir werden dabei ein paar ganz interessante Dinge herausfinden. Amen ist ein hebräisches Wort an sich und es würde dann im Neuen Testament ins Griechische übernommen und zwar ohne übersetzt zu werden. Also es heißt im hebräischen Amen und es heißt im griechischen Amen, einfach nur transkribiert sozusagen. Das bedeutet, wir können eins zu eins Vergleiche machen, wo genau dieses Wort im Alten und im Neuen Testament auftaucht, nicht so wie bei anderen Wörtern, wo wir manchmal sozusagen Übersetzungen von hebräischen Wörtern auseinandernehmen müssen, um zu sehen, wie wurde das hebräische Wort im Griechischen übersetzt. Bei Amen ist das anders, hier können wir direkt so eins zu eins anschauen, wie wird zum Alten Testament verwendet, wie wird zum Neuen verwendet. Und das wird uns helfen für das, was wir später herausfinden. Amen hat eine einfache Grundbedeutung erstmal, so eine Wörterbuch-Übersetzung sozusagen und da ist es einfach nur wahrlich, wahrhaftig, wirklich, richtig. Also es steht für den Wahrheitsgehalt einer Aussage und es wird insbesondere verwendet, um zu beteuern, was gerade gesagt wurde. Das ist eine Art, wie es ganz häufig genutzt wird. Wir schauen uns jetzt an, darüber hinausgehend, was die Wörterbuch-Bedeutung ist, was ist so die Bedeutung in der Bibel, wie wird es verwendet, in welchem Kontext wird es verwendet. Und das wird ganz interessant sein. Im Alten Testament wird das Wort einige Male verwendet und in verschiedenen Arten und Weisen. Das erste Mal wird es verwendet von Menschen als Antwort auf eine Wahrheit von Gott. Also als Beteuerung davon, dass das, was gerade gesagt wurde, was von Gott kommt, die Wahrheit ist. Und ein Beispiel, in dem das passiert, ist 5. Mose 27, Vers 15 und eigentlich das ganze Kapitel. Da steht zum Beispiel, verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt. Und das ganze Volk antworte und sage Amen. Und so geht das einige Verse weiter. Der nächste Vers ist zum Beispiel, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet und das ganze Volk sage Amen. Also hier wird immer ein Gebot dem Volk gegeben und das Volk antwortet Amen. Es beteuert, das, was ich gerade gehört habe, ist wahr. Es ist eine Wahrheit, die von Gott kommt. So wird es in dem ganzen Kapitel verwendet. Insgesamt taucht diese Art der Verwendung 18 Mal im Alten Testament auf. Und ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. In 1. Könige 1, Vers 36. Da antwortete Benaja, der Sohn Juilliardas, dem König und sagte Amen. So spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. Also vorher kam quasi gerade eine Art Prophetie. Und die wird jetzt beteuert von diesem Benaja, dem Sohn des Juilliardas. Er sagt, das, was gerade gesagt wurde, ist wahr. Es kommt vom Herrn und ich beteuere das. Ich bestätige das. So, wie gesagt, 18 Mal taucht es im Alten Testament in dieser Form auf, das Wort. Dann gibt es eine Verwendung, die nur vier Mal auftaucht. Und zwar jedes Mal am Ende von einem Psalm. Und ich habe euch mal Psalm 41, Vers 14 mitgebracht. Da steht, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. So dieses Amen oder Amen, ja, Amen taucht viermal am Ende von Psalmen auf. Und da ist es eben immer eine Antwort oder eine Art Beteuerung von dem Lobpreis, was man gerade Gott gegeben hat. So, das dauert also viermal auf. Und dann gibt es noch eine Stelle. Und dafür gehen wir jetzt von der Elberfelder in die Einheitsübersetzung rüber. Da steht nämlich in Jesaja 65, Vers 16 folgendes. Wer sich segnet im Land, wird sich segnen im Gott des Armen. Und wer schwört im Land, wird schwören beim Gott des Armen. Denn vergessen sind die frühere Nöte, sie sind vor meinen Augen verborgen. So, und das hat sich die Einheitsübersetzung nicht ausgedacht. Da steht tatsächlich im hebräischen Grundtext dasselbe Wort Amen, was in den anderen Passagen auch stand. Die meisten deutschen Übersetzungen schreiben hier aber Gott der Wahrheit. Um sozusagen die Bedeutung des Wortes einzufangen. Aber für unsere Studie heute ist es interessant zu sehen, hier steht der Gott des Armen. Also Gott ist der Gott des Armen. Im übertragenen Sinne, er ist der Gott der Wahrheit. Er ist der Gott, der einfach richtig ist, der wahr ist. Und das wird uns wieder helfen, wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen und sehen, wie das Wort da verwendet wird. Im Neuen Testament taucht das Wort ziemlich häufig als Abschluss von Lobpreis auf, so wie am Ende von den Psalmen. Nämlich insgesamt 19 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und in Offenbarung 1, Vers 6 ist da ein Beispiel davon. Ich fange mal im Vers 5 schon an. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben hier dieselbe Idee wie in dem Psalmen. Da gab es auch diese Phrase von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oder Amen, ja, Amen. Und das taucht eben im Neuen Testament etwas häufiger auf. Nämlich ungefähr 19 Mal. Die andere Art und Weise, wie das Wort verwendet wird, nämlich als Beteuerung von etwas, was Gott sagt, taucht auch im Neuen Testament auf. Und zwar zum Beispiel direkt im nächsten Vers. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Also hier wird quasi gesagt, Jesus wird wiederkommen. Und diese Wahrheit, die von Gott kommt, beteuert der Schreiber durch Ja, Amen. Das ist genau dieselbe Art und Weise, wie das im Alten Testament in 5. Mose zum Beispiel verwendet wurde. In der Form taucht das im Neuen Testament ungefähr fünf Mal auf. Aber das sind noch nicht alle Vorkommnisse. Wir hatten im Alten Testament noch ein weiteres Vorkommnis. Im Neuen Testament haben wir noch 98 andere. Und die sind alle von der exakt selben Sorte. Und wir schauen uns jetzt mal an, was diese letzte Sorte des Vorkommnisses vom Wort Amen im Neuen Testament ist. Und da haben wir ein Paradebeispiel in Matthäus 11, Vers 11. Hier spricht Jesus, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Dieses wahrlich, ich sage euch, da steht im Griechischen eigentlich Amen, ich sage euch. Und in dieser Form des wahrlich, ich sage euch oder des wahrlich, wahrlich, über das man manchmal beim Lesen ein bisschen stolpert, da steckt immer das Wort Amen dahinter. Und das taucht, wenn ich mich nicht verzählt habe, 98 Mal im Neuen Testament auf. Insbesondere hat auch Jesus das Wort Amen immer so verwendet. Also in den Evangelien, in der Offenbarung redet er dann auch und verwendet es zum Teil anders. Aber in den Evangelien taucht das Wort 98 Mal auf und immer in dieser Form. So, also was haben wir jetzt gesammelt? Und wenn Menschen das Wort Amen verwenden, dann beteuern sie eine Wahrheit, die von Gott kommt. Und es ist immer so, dass Gott spricht und dann danach die Menschen sagen, Amen, so sei es. Amen, das ist richtig. Amen, ich bestätige das. Wenn Jesus Amen sagt, macht er es genau andersrum. Er sagt Amen, ich sage euch und dann folgt das, was er uns sagen will. So hätte niemand im ersten Jahrhundert gesprochen. Also niemand, kein Wanderprediger, kein Rabbi hätte sich die Autorität herausgenommen, zu sagen, Amen, ich sage euch und dann seine Meinung zu sagen. Weil dieses Amen beteuert eine Wahrheit, die von Gott kommt. Das heißt, was hier eigentlich steht, um das mal zu paraphrasieren, ist, Jesus spricht, was ich euch sage, was jetzt folgt, das ist wahr, weil ich es sage. Also Jesus benutzt seine Autorität, um seinen Worten auch Autorität zu geben. Das heißt, jedes Mal, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch oder wahrlich, wahrlich, dann steckt dahinter ein riesiger Autoritätsanspruch von Jesus. Er sagt, das, was ich sage, ist die Wahrheit. Und es ist eine Wahrheit, die von Gott kommt. Es ist sogar eigentlich ein Anspruch darauf, dass er Gott ist. Jedes Mal, wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch. Und das war ziemlich interessant, als mir das das erste Mal aufgefallen ist. Und deswegen wollte ich das sozusagen mit euch teilen. Jesus hat einen unglaublichen Anspruch auf Autorität und auf Wahrheit. Also ich meine, wir wissen das als Christen, Jesus ist Gott und deswegen hat er natürlich diesen Anspruch. Aber er macht ihn auch immer wieder selber. Und in Passagen, in denen man das vielleicht nicht erwarten würde, einfach nur, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, und dann folgt irgendeine Aussage, dann ist es ein Anspruch von Jesus darauf, dass er Autorität hat. Und das finde ich total spannend. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei andere Bibelstellen mitgebracht, die ich einfach noch teilen wollte. Das erste ist Offenbarung 3, Vers 14. Und das ist der siebte, sozusagen Briefkopf von sieben Briefen an die sieben Gemeinden, mit denen die Offenbarung anfängt. Und das hier ist der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und jeder dieser Briefe fängt damit an, dass sozusagen Jesus als sozusagen Urheber des Inhaltes angeführt wird. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. So, also jeder dieser Briefköpfe, dieser sieben Stück, kommt immer eindeutig von Jesus und deswegen der siebte eben auch. Dies sagt Jesus, der das Amen ist. Jesus ist das Amen. Jesus ist die Wahrheit. Und damit kommen wir wieder zurück zu Jesaja 65, wo Gott der Gott des Armen ist. Und dieser Gott des Armen ist Jesus. Jesus ist das Amen. Jesus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die hier drin steckt, ist sozusagen noch ein bisschen stärker als das deutsche Wort Amen. Es ist nicht nur wahr, es ist nicht nur richtig, es ist nicht nur gut. Es ist absolut, es ist unveränderlich. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es ist die Wahrheit Gottes in Person auf die Erde gekommen. Das ist Jesus. Im 2. Korinther 1, Verse 19 und 20. Den Vers 19 brauchen wir nur für den Kontext, damit wir Vers 20 verstehen. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. So, hier steckt eine ganze Menge drin, nur im Vers 20. Also es geht um Jesus. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Es gibt eine ganze Menge Verheißungen von Gott in der Bibel, insbesondere einige im Alten Testament und insbesondere einige, die schwer zu verstehen sind. Aber in Jesus ist das Ja und in ihm ist das Amen, in ihm ist die Wahrheit. So in ihm ist der Kern der Wahrheit. Dass es wirklich wahr ist, ist in Jesus. Und das ist nochmal eine Motivation für die Serie, die gerade so auf diesem Kanal angefangen hat. Wir gehen ins Alte Testament und wir suchen, wo ist Jesus, die Antwort auf eine schwierige Stelle im Alten Testament. Und genau das steckt hier drin. So viele Verheißungen Gottes es gibt, auch die, die schwer zu verstehen sind. In Jesus ist das Ja und deshalb in ihm das Amen. Jesus ist wahr, er ändert sich nicht, er ist einfach richtig und er hilft uns, andere Dinge in der Bibel zu verstehen. Und dann steckt auch der andere Aspekt drin, den wir in den Psalmen hatten und im Neuen Testament ein paar Mal, nämlich, dass man Amen benutzt, um Lobpreis oder Ehre Gottes abzuschließen. Denn deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also das ist genau dieser Aspekt. Wir geben Gott die Ehre und diese Ehrerbietung an Gott ist richtig und korrekt. Der Lobpreis gehört Gott und wir bestätigen das mit dem Amen, dass Gott zur Ehre dient. Und dann konnte ich es mir nicht nehmen lassen, die letzten beiden Verse in der Bibel mal zu benutzen. In Offenbarung 22, Verse 20 und 21 taucht nämlich derselbe Gedanke auf. Der diese Dinge bezeugt, spricht Ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Also Jesus bezeugt alle diese Dinge, die in der Offenbarung stehen, aber auch die im Rest der Bibel stehen. Dass er Gott ist, dass er die Wahrheit ist und dass er in der Zukunft wiederkommen wird. Und wir haben einen Beweis von der Liebe und von der Treue von Jesus. Nämlich dadurch, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, wissen wir, dass Jesus treu ist und dass er uns liebt. Und deswegen können wir Zuversicht haben, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Weil er ist die Wahrheit, er verändert sich nicht. Wenn er in der Vergangenheit auf die Erde gekommen ist und für uns ans Kreuz gegangen ist, dann wird er auch uns in Zukunft lieben. Dann wird er in Zukunft auch das tun, was er vorhergesagt hat. Also weil Jesus gehandelt hat, haben wir Zuversicht, dass er wiederhandeln wird. Und weil er gesagt hat, dass er wiederkommen wird in der Zukunft, wird er auch wiederkommen. Und das bezeugt Jesus durch sein Leben, durch das, was er getan hat, durch das, was er gewirkt hat, bezeugt er, dass er wiederkommen wird. Und das ist eine riesengroße Hoffnung für uns Christen. Wir haben eine Hoffnung auf etwas Zukünftiges. Wir haben die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir seine Herrlichkeit sehen werden. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.